Man kann nur hoffen, dass alle in Sicherheit sind und dass es ihnen gut geht. Natürlich ist das Thema, ich glaube, es ist überall Thema, auch so bei uns, sowohl bei den Spielern als auch bei uns im Trainerteam. Natürlich verfolgt man diese Dinge, Dinge machen einen auch betroffen. Es sind sehr traurige Bilder, insbesondere auch für die vielen Menschen, die direkt davon betroffen sind. Im Endeffekt auch schockierend, wie man so ein bisschen machtlos einer Entwicklung folgt. Insofern ist das für uns alle Thema und natürlich auch so, dass man dieser Tage dann vielleicht hier und da auch mal mit einem Flauengefühl im Magen aufwacht. Ich glaube, das geht uns allen so und insofern ist das natürlich auch bei uns Thema. Ich glaube, es ist nicht wegzudiskutieren. Es ist ein weltweites Thema und natürlich ist das auch bei uns ein Thema. Man unterhält sich darüber. Man hat das natürlich mit Erschrecken verfolgt, was da aktuell in der Ukraine los ist. Und klar, unser gesamtes Mitgefühl gilt den Menschen, die natürlich unmittelbar betroffen sind. Und man merkt natürlich, glaube ich, auch dadurch, wie sich so ein Stück weit Dinge, die manchmal vielleicht einem sehr wichtig entscheiden, auch so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ich bin nicht davon ausgegangen, hätte auch nicht gedacht, dass es so weit kommen wird. Und es ist wirklich, ja, wenn man das sieht, ist es wirklich schrecklich, was da momentan vor sich geht. Ich denke, klar, man macht sich Sorgen um alle. Man sieht, liest die Hilferufen natürlich auch, die aus der Ukraine kommen. Und natürlich, wenn man Leute kennt, ist das auch nochmal was anderes. Ich habe keinen Kontakt mit Viktor. Das Letzte, was ich gehört hatte, ist, dass er, es ist allerdings jetzt auch schon eine Weile her, dass er mit seinem Team da irgendwie im Trainingslager ist. Wo das ist, habe ich jetzt wirklich keine Ahnung. Aber man kann nur hoffen, dass alle in Sicherheit sind und dass es ihnen gut geht.